Hallo, ich bin Ruby Du und ich leite seit 2018 die Tanzschule Swingtime in Hamburg, Barmbek, den Heide 22. 2013 habe ich meinen Abschluss zur staatlich geprüften Lehrerin für Tanz an der Erika-Klüts-Schule gemacht und bin seither als Tänzerin und als Tanzpädagogin im Bereich Hamburg zu finden. An unserer Schule lege ich viel Wert darauf, dass alle Lehrer entweder ebenso einen staatlichen Abschluss oder eine Ausbildung oder vergleichbare Zertifikate vorweisen, um bei uns zu unterrichten. Unser Level ist daher auf einem hohen Niveau und wir freuen uns auf engagierte Mittämpfer. Das zweite, was uns sehr wichtig ist, ist die Kreativität und Modernität. Auch wenn wir uns im Vintage-Bereich befinden, möchte ich die heutige Zeit nicht unbeachtet lassen. Wir arbeiten an Kunstprojekten und auch an geschichtlichen Themen und freuen uns, wenn ihr dort mitmacht. Mein wichtigster Punkt bei Swingtime ist, dass wir jeden, der bei uns gern mittanzen möchte, mit offenen Armen empfangen. Mir ist es sehr wichtig, dass all unsere Trainer sehr gastfreundlich sind und ihr euch richtig gut aufgehoben fühlt. Wer einmal bei Swingtime vorbeischauen will, wird die freundliche und freundschaftliche Atmosphäre sicherlich schnell spüren. Ich hoffe, dass wir uns bald sehen, entweder in unserem Saal, im Park oder online und dass wir dann zusammen tanzen können.